Hi Leute, hier ist mal wieder eine neue Folge, beziehungsweise die erste Folge vom Vater und Sohn spielen League of Legends. Ich will kurz was dazu sagen, ich bin Vater, auf der anderen Seite ist jetzt Sohn, dessen Bildschirm ihr aufgenommen kriegt. Sohn, sag mal Hi. Hallo. So, Sohn ist Platin, Vater ist grottenschlecht, ist nur Bronze und Sohn versucht Vater rauszubringen, obwohl Vater das Spiel überhaupt nicht kann und Sohn gut spielt. Guckt euch das einfach mal an und dann schaut mal, wie scheiße wir spielen. Wie scheiße du spielst. Ja, wie scheiße ich spiel, was ja recht. Ich bin natürlich wieder als Auswahlbildschirm der letzte Arsch gewesen, der jetzt supporten darf, das ist ja dann meist so. Und so spielt Varos in der Mitte. Schauen wir mal, wie es läuft. Du spielst Leona, ne? Ja, ich spiel Leona, ne? Ihr seht schon allein daran, dass ich New bin, weil ich als Supporter immer mein Heel brauche, weil ich darauf gedacht bin, nicht zu krepieren, anstatt meiner armen MF, die ja noch gar nicht weiß, wer ich bin, zu helfen. Unser Spiegel findet in der Bronze-Liga statt, derzeit, weil Sohn smurft und Vater ist kleiner Bronze 4. Ja, aber ich denke mal, das ist eher Bronze, Silber, irgendwas dazwischen. Weil ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon Silber 4. Ja gut, die Leute werden irgendwo dazwischen sein. Also alle zu gut für Vater und zu schlecht für Sohn. Ihr werdet das gleich sehen. Sohn wird mit Sicherheit mal zwischendurch einblenden können, wer wie viel Farben hat. Gott sei Dank brauche ich mich diesmal nicht zu outen. Ich brauche ja gar keinen Farben als Supporter. Aber er wird wahrscheinlich wieder den Höchsten im Spiel haben. So, der Jungle ist ein kleiner Schacko. Der schafft sein Blu auch wohl alleine, denke ich mal. So viel habe ich schon gelernt. Vater ist übrigens schon alter Sack mit 45 Jahren. Sohn wird jetzt 19 in diesem Monat. Also allein daran werdet ihr schon sehen, er wird mit der Reaktion bei uns hart anwiert. Bei mir. Nicht bei uns, sondern bei mir. Bei ihm ja nicht. Er hat ja noch Reaktion. Ich habe auch noch Reaktion, aber nicht viel Reaktion. Werdet ihr sehen. So, jetzt werde ich mal ein bisschen den Mund halten und jetzt guckt mal ein paar Minuten, wie hat sich entwickelt. Das macht meine MF, die macht gar nichts. Das ist schon mal spannend. Die macht nix. Echt? Das ist die AFK? Die macht nix. Meine MF ist AFK. Das fängt ja schon gut an. Oh, dann werde ich jetzt mal direkt richtig fahren. Oh, ich habe schon zwei Farben. Die macht nix. Ja, die Disconnected wahrscheinlich gleich. Oh. Das fängt ja schon wieder super an. Dann werde ich doch mal ein bisschen fahren. Ach gut. Dann machen wir jetzt mal ein fröhliches Webfarm. Ja, jetzt ist sie weg. Ja, und ich kippiere aber schon. Können die die jetzt noch töten, solange die da noch steht? Äh. Scheiße. Ja, eigentlich müsste die doch automatisch zurücklaufen, wenn die Disconnected. Oh, ich musste schon gleich. Ich wollte ihr noch helfen, ob sie sie nicht töten können, aber es ist schon gelaufen. Das ist schon wieder für ein Arsch dieses Spiel. Jetzt, liebe Zuschauer, wisst ihr auch, warum Vater so lange in Bronze ist. Ja, ja, jetzt kommt das Geheule wieder. Oh, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich könnte mich schon wieder so aufregen, ne? Ich könnte mich so aufregen. Dieses bekloppte Spiel. Warum gibt es dieses Spiel überhaupt? Warum hast du mir das überhaupt gezeigt? Weiß ich nicht. Ich bin ja ein alter Mensch und ich hab mal früher Dark Age of Camelot gezockt. Die älteren der Zuschauer, die wahrscheinlich gar nicht da sein werden, werden es noch kennen. Das war wenigstens noch ein Spiel. Da konnte man wenigstens noch Mann gegen Mann kämpfen. Da konnte man noch was Vernünftiges machen. Aber dieses Spiel ist doch sowas für eine Arsch. Ich glaube, warum spielst du es dann? Ach, weiß ich auch nicht. Das ist eine gute Frage. Jetzt ist Miss Ford schon auch mal da. Wir haben natürlich vom Befiedert-Bot, so wie das natürlich auch immer läuft. Wesen hat Sohn schon den besten Farben mit 23, sehe ich gerade. Nach vier Minuten. Ja. Ja. Ich bin wieder da. Ja, ist jetzt wieder da. Aber jetzt habe ich wenigstens schon mal Level 3. Aber ein Löffel ist Level 2. Und greift an. Das wird ein fröhliches Spiel mit, mit Level 2, mit Level 4 an. Wenn die Wieden wieder zurückkommen, irgendwie. Aber die kann doch nicht aggressiv spielen, wenn die neue Level 2 ist. Warum macht die das? Warum macht man sowas? Wenn man dummes? Oder wo schlecht wie ich? Oh, halle. Ja, entscheidend einigermaßen mittelmäßig zum Laufen. Ja, ich glaube, ich kann ihn gleich killen, wenn ich Level 6 hier bin. Ja, macht mal ruhig. Mann! Das gibt's doch nicht. Hat Reaktionen wie eine Burka, ey. Das ist unglaublich. Das sag ich dir. Ich zieh mich ran. Stunny. Wird jetzt stehen. Oh, ja, der hat jetzt passiert. Ah. Ich muss das abgehauen. Was ist das? Ah. Also, ich sag mal, der Anfang war ein bisschen suboptimal. Ja, ich hab'n. Ich muss mal kurz an der Base, ey. Ich hab' schon wieder low-life. Ey, was will der denn von mir? Ach, er macht mich fertig. Wow. Haha, bist du ein Noob, ey. Ey, was hast du denn? Ich muss darüber lachen. Der Platin schmacht die letztlich in so'n Brunnen zu Wilber-Dägen, die ich fertig machen will. Mann, Mann. Ich kann auch nicht alles machen. Oh. Na, ich setz mir mal in diesem Spiel das glorreiche Ziel, weniger zu sterben als du. Hat die denn schon Farben? Oh, die hat schon 12 Farben, die MF. Hm? Ich hab' auch schon 10 und ich bin der Supporter. Ich hab' noch gar nicht gefahren. Ja, daran seht ihr, ich bin ein Farbenmonster. Das Supporter-Farbenmonster. Oh. Sie töten mich gerade wieder. Sie töten mich gerade wieder. Ich bin einfach zu schlecht. Sohn, hilf mir. Ich komm' hier nie raus. Ich bin so schlecht. Ich bin nicht fienden. Ganz einfach. Ich bin zu schlecht. Ich gestehe, ich bin zu schlecht. Äh, ich reiß' das Spiel gleich noch voll raus hier. Gleich klingelt's eh wieder an der Tür. Oder mein Telefon klingelt. Das ist nämlich auch der Unterschied. Sohn kann in meine Ruhe spielen. Ich hab' ans Telefon gehen und... Ja, hilf mir, Scharko. Hey, was macht der denn? Hey, was ist denn los mit dem? Punkt zu zwei. Äh, der Scharko, ganz ehrlich. Traurig. Was macht der da? Der will ich am besten wieder flame, ganz ehrlich. Ja, zumindest hab' ich ihn, äh, hab' ich ihn, äh, schon mal geheilt. Ne, das war, ich hab' meinen Teil als Supporter dazu getan. Ja, jetzt muss ich wohl dahin. Ja, der feadet halt einfach. Ja, geh doch weg. Ach, können wir doch Ombudskin fahren. Ne, ich mein' den hier. So. Mit seinem Leben. Ich hab' mal geworben. Ich hab' meinen Worten. Ich hab' auch nicht, tut's von Wort nicht. Wir stehen in die Top-Lane, 2-0. Für uns? Ja. Äh, das ist auch ein bisschen Hoffnung. Wie steht denn eigentlich unsere Mid-Lane? 1, 2. Hast schon ein Kill? Ja. 2, 2. Verstecken wir mal hier hinterher? Er kommt drauf da! Ah, er hat weggeflasht. Das hat er gut gemacht. aber ein versuch war es wer nun durch die mitte in bronzer reichert auch und furchtbar er könnte nicht voll drauf Ah, der ist weggejumpt Ah, unser Power ist ein bisschen zu reinzugehen ist ein bisschen zu risikoreig, glaube ich Na doch, wir können jetzt wohl den Tower holen, weil die haben wenig Leben Ey, ich muss erstmal Level 6 sein Ah, okay, wir haben keine Vasallen Oh, erstmal Level 6 Ich brauch die einfach Ja, weiter Druck machen Ja, Druck machen, ja Achso, ja, okay, Toplane muss verteidigen Das ist besser ein bisschen zurück Ah, ich hab jetzt Level 6, ich hätte Ulti Ja, versuch mal Ulti auf den zu landen, auf den Echo Warte mal, vielleicht ist der noch Ja, jetzt fortet der gerade weg Ne, ich glaub hier Ich glaub der ist noch hier Beim Blue Oh, der 6 ist Okay, doch nicht Ja, ich geh zurück Warte, soll ich den 6 anziehen? Ach, du bist base oder was? Ja, ja Hm, was soll ich mir denn? So 6, 4 steht's Ja, keine Ahnung Der Charco, der kann nicht wirklich was Ich glaub die MFC kann auch nicht viel, oder? Äh, zumindest nicht Ich mein, die hat ja natürlich auch einen schlechten Start, ne? Oh, komm hier weg Ne, du bist nicht tot Ich bin nicht tot Aber auch mal hier Haha, was hat man holt, ihr habt gesehen? Ja Ich bin schief gelaufen, ne? Ich muss aber erstmal wieder ein bisschen leben Ich bleib trotzdem mal hier Ah, scheiße Scheiß Ulti Aber ne, Tower jetzt Holen, am besten Oder Weniges Schaden machen Oh, ich glaub die kommt von unten Scheiße Ich hab immer noch mal ne Ulti Einer müsste mal top lane Ich geh mal Warte, wir ganken denn zusammen Ja, ne, ihr müsst weiter mittel bleiben Ja, gut, aber ihr macht doch keinen großen Schaden Was soll ich machen? Was soll ich noch mit dem Rudolf requinieren? So weil Pal have said Das ist so groß und Alejandro Butto vor Ort und jetzt hat er steht aber das macht die Wormacht der Schalke er hat zu Wort es ist meinst du aber ja das Wort hat ja als Support habe ich den Assist doch scheißegal ist geworden ihr müsst auch wissen alle die jetzt hier zu schauen natürlich das endgame monster ich wachse in jedes spiel hinein lese das spiel immer stärker mache keine fehler mehr nimmer am ende und drehe jedes spiel und dollar auf jeden fall außerdem die guten gene dass ein platin ist die kann er ja nur von mir haben aber 6 ist richtig gut mit der ulti der schon die zweite und die so klasse war ja der kann irgendwie nicht so viel ich wusste dass der weg ich habe ja so ein kill gemacht habe ich nicht mitgekriegt ja guck mal hat ich nicht mitgekriegt hat ein kill gemacht habe so ich habe ja mal ich kann man das geworfen jetzt hier 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 ach so oh hilf mir er kommt die firma ich töten ok hier 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 auf 6 ja ich will ja, ich bin nur so eine lahme Ente das Problem ich hab auch nicht mehr viel meiner, ich sag dir, ich kann höchstens wenn du Glück abspielen, dann nicht mehr hin ja ich glaube eine Combo kriegst du noch hin warte ich geh hier rum aber der geht weg ach der ist er nicht, gut ja jetzt kommt hier ein Fight glaube ich oh gestand hab ich ihn er hat's nicht gereicht ja ich hab ihn ich hiel euch mal ich nehm den Red ich hab kein Mana mehr, ich hab nix mehr ich bin blank oh Junge er nimmt er nimmt nen Red ja ok ich hol botlane geh mal direkt toplane am besten jetzt gleich weil die ist schön gepusht für die ich geh mal toplane mach wieder einen auf Farben dann sieht man anhand der Statistiken, ich bin mal wieder der Feeder im Team ne? 1-3-4 amf auch 1-3-2 aber wäre ja noch besser wir sind ja jetzt voll im Spiel drin, ich dachte wir verlieren das voll doch dich auch erst ja gut man muss ja fairerweise sagen ist auch ein bisschen suboptimal angefangen ne? ich hab ihn ein bisschen gepusht ich soll ja nicht nur ne Runde weiter pushen ja ich glaub nicht, jetzt komm ich mal wieder in der Mitte halt doch noch mal ein bisschen hin wenn man auch wenig gehen soll und dann sind sie ach 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 ich glaub ich bin tot ja ich bin tot ja da kann ich auch nicht mehr lassen da hol ich ihn mal lieber ab da hol ich mal lieber ab da hol ich mal lieber ab das sieht ja gar nicht sooo schlecht aus hier jetzt geht das Geflame wieder los Miss Fortune die die grad AFK war fängt schon wieder an was hast du denn geschrieben? oh mein Gott, are you serious? you let me die, then you kill noob ich komm, ich komm, ich bin gleich da in 10 Sekunden ein Ulti ah, sieh dich schlecht wurden ja voll auseinander genommen ja bin ich gut, wa? nein Ulti gefällt komm, lass mal machen ah so, mach ich ja mach's dann wieder, ha? du bist wieder, hm? na, mach's wieder scheiße das ist ja nix neues, ne ja ist schon wieder tot? hm 4-2, geht aber auch besser uah der Schacku ah der Schacku hier und was erst mal um die möglichen von mir kommen ich könnte aber mal einen Busch rein aber ich weiß ja nicht wie will da stehen also auch wer zieht hey ich konnte die ganze Zeit nicht flashen ich war einfach warum war ich denn gest... NEIN NEIN ich hab wieder meine Tasten die einzige der was von den kann ist eigentlich der echo der ist wohl gut na 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 gut dann viel zu gut dass wir den in den Griff kriegen ne ich bin neun für einen supporter geht das statt durchaus gute statistiken komischerweise ja 635 ist nicht so schlecht zumindest viele tödlich so wie du hm 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 versteht gar nicht wie du in Platin gekommen bist ey was sagt denn dein Farm 140 und der zweite ist doch 100 neun wie machst du das eigentlich immer ich find das ist mir ein Rätsel ey einfach die ganze Zeit farm nichts anderes machen ja ich komm nicht dran ja bin ich hier ja die ist sowas von tot und warte ich hab ja noch meine Ulti ne oh oh weg Ulti als o support u Schei o scheiße o ich lage wir kriegen den Tower glaube ich Inhip, ah, weiß ich nicht. Mann, das ärgert mich jetzt ein bisschen, wenn ich doch noch krippiert bin. Schlecht war's nicht. Hot and Top ist ein bisschen, ich glaub ich nimm mal Botlane, ne? Das ist ein bisschen viel. Ja. Lass aber den Farm für die Morgana. Ja, ich glaub ich. Ein einfach mitgedacht. Ach, ja. Wieso für die Morgana? Ja, für die Miss Fortune, mein ich. Ich dachte schon, warum soll ich vor allem für die Morgana lassen? Ich, ich nehm' Blue. Ja, ich komm' sofort. Ja, ich komm' sofort. Ja, ich komm' sofort. Und dann machen wir sie platt. Ah, haben sie schon, scheiße, ging aber schnell. Ulti. Ulti. Hand 8 Wimper. 算 8 Wimper. Ja. Ich versuche sie gibts. Ich versuche sie mir schnell weg. Nee. Ich versuche sie mir schon bei uns. Das ist ein bisschen von mir. Ich bin voll der Farben-Supporter ey. Wir müssen einfach zu fünften mal sein, weil gerade waren wir auch wieder nur zu viert, weil Charco vorher gestorben ist. Charco steht jetzt gleich wieder, oder? Ich wollte mal ein bisschen gönnen. Wir können ja mal picken, dass sie uns alle helfen, aber... Ja, ich komm. Aber wir haben immer noch den ersten Mittel-Tower, das ist gut. Ja? Soll ich einen nehmen? Ja, jetzt hier. Oh, ich hab Ulti reingemacht. Wow. Schön. Hab ich das geil gemacht. Ey, und der Charco kriegt einen Triple-Kill. Ja? Ist doch scheißegal, wer die Kills kriegt, ich hoffe, wir gewinnen das schon. Nee. Aber ich denk, mein Ulti war super, also mehr ging nun wirklich nicht. Vor allem, wir leben noch alle. Ja. Wem habt ihr zu verdanken? Dem glorreichen Zopp, würd ich mal sagen, ne? Ja? Mach, komm mal hinter den Ding, warte, ein paar Sekunden, fünf Sekunden sind sie alle da. Das schaffen wir noch, dann sofort weg. Weg, 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 weg. Nee, top auch noch. Wir haben doch, wie sind doch eh noch alle drin. Ja, aber guck mal dein Leben an, ey. Ja, jetzt weg, Tower reicht. Ja, wir können hier wohl ein bisschen poken. Wir kriegen richtig Schaden. Ach, mach mal. Ach, mach mal. Ach, mach mal Holti, ich kann jetzt nicht mehr. Boah, ich bin sowas von low, ne? Hab ich noch einen Niedel? Ja. Oh, ich glaub das steht... Ah, ne. Habt ihr platt gemacht? Ich muss jetzt abbauen. Ich bin soweit von... Ich bin ein Monster. 1,25, guckt euch das mal an, in meinem ersten Spiel, was wir hier per Übertragung machen, ne? Ja, also... Da frag ich mich manchmal schon. Warum bin ich warum so und der kleine Spasti ist Tafin. Dass jeder den Unterschied gibt, hätte ich gesagt. Das ist sowieso alles Betrug in diesem neuen, modernen Spiel. Das soll ich mir jetzt mal kaufen. Sonnfeuer umhängt, ja. Das soll ich mir immer kaufen, ne? Schnellere Tour, das ist doch auch was schönes, oder? Ja. Homegards, oder was? Dieses... Dass du von der Base schneller wirst? Ne, 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 ne. Ich hab... Dass ich generell auch schneller bin, hab ich diesmal, weil... Diesmal muss ich... Die ganz schnellen Schuhe, die kaufe ich immer dann, wenn wir so viel fliegt. Nein, ich bin zu, oder? Ja, immerhin hab ich sie gekriegt, ne? Ah, kacke. Sag mal danke, MF. Hast du mir das Leben zu verdanken, ey? Oh, wir haben das von Boden. Also, so wie ich spiele, könnte ich als Supporter auch locker in LCS mithalten. Ich hab noch in der LCS noch keinen Supporter gesehen, der nach so kurzer Zeit 64 farm hat. Also, mitgegangen. Farben alle so schlecht in der LCS die Supporter, ey, sowas hab ich noch nicht gesehen. Ich versteckt. Ich glaub, das Spiel ist gewonnen. Ja. Jetzt unten noch den letzten Tower. Wir haben ja schon die letzten... äh, die zwei Inhibitoren. Oh, da... Ich kann ja nichts mehr machen. Ne, ich vergesse gerade schon. Pass mal auf, das geht. Das kippt? Ne. Lass mal auf, weil ich hab also... ich hab vom Pferde gott zu sehen. Ne, guck doch mal. Die können ja gar nichts mehr machen. Ach, nein. Ach, nein. Ich hab mir mal ein kleines Schild gegeben. Oh. Ey, der macht ja richtig Schaden. Ja, wer nennt das jetzt einfach... Jawohl. Scheiße, ich bin tot. Immer die Diana, die gammelte einfach nur. Ach, nein. Ach. So haben wir ein bisschen mehr zum Übertragen für die lieben Zuschauer. Die freuen sich doch. Ach, jetzt hat eine Kaffeescheiße wieder hier. Guck dir doch mal... Was machen die da? Jetzt haut doch das blöde Ding da platt, meine Güte. Und klopft euch nicht mit dem Sechster rum. Oh. Ja, die Warsalen, die machen das wohl schon von alleine, denke ich. Ey, junge Mensch, ihr seid alle nur auf Kills aus. Statt einfach hier den Inimitor kaputt so. Meine Güte, ey. Was ist das? Ah. Ja, Leute, das war's mal wieder. Ihr habt gesehen, auch wenn man so schlecht ist wie ich, kann man klar gewinnen. Guckt euch noch mal zum Ablauf hier die Statistiken an. Das war schön mit euch. Nächstes Mal muss ich natürlich nicht supporten. Dann hoffe ich mal, dass ich euch zeige, wie gut ich bin. Aber 28... 28... Grandios. So, das war's. Tschüss! Ja, tschüss.